Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und für den einen oder anderen ist dieses Bild, was ich hier gerade zeige, wahrscheinlich ein Déjà-vu, beziehungsweise die Frage, wieso zeigt er heute ein Set von 2016? Ja, das liegt daran, dass Lego wahrscheinlich irgendwie dachte, es ist eine gute Idee, nachdem viele Jahre das Disney-Schloss auf dem Markt war und erst vor gar nicht zu langer Zeit vom Markt verschwunden ist, jetzt zum 100-Jährigen, das sehen wir da oben, wieder ein neues rauszubringen, das gewisse Ähnlichkeiten hat, aber wenn man ein bisschen näher rangeht, sogar relativ starke Abweichungen zu dem Ursprungsmodell hat. Und das werden wir uns jetzt angucken. Und weshalb gucken wir uns das an? Weil Lego nämlich bekannt gegeben hat, dass wir jetzt schon in wenigen Tagen, am 1. Juli, dieses Teil hier kaufen können für 400, nee, ja doch, knapp 400 Euro, 399,99 Euro. Und man hat noch die Chance dazu zu bekommen, wohl, da gibt es aber noch keine Bilder für, ein 100 Jahre Disney-Celebration-Set, das man dann ab Einkaufswert 100 Euro in der Zeit bekommen würde, in den ersten Tagen des Julis, was wohl ein Podium mit einer Filmleinwand und Projektor irgendwie sein soll. Naja, wie gesagt, das Ding ist noch nicht in irgendwelchen Bildern aufgetaucht, aber das hier. Und das Erste, was auffällt, ist, ja, 18+, okay, das hatten wir 2016 so noch nicht, 4837 Teile wird also das Set haben. Zum Vergleich, das Set vom letzten Mal, das hatte ein paar weniger Teile, nämlich ziemlich genau 800 weniger, es waren 4080 Teile. Und kostete damals allerdings auch nur 350, jetzt sind es 400 für knapp 800 Teile mehr, dann auch sind viele Jahre ins Land gegangen, das geht erstaunlicherweise noch für Lego-Verhältnisse, dafür, dass es ja auch eine Lizenz ist. Wir haben diesmal, wir zählen mal durch, 2, 4, 6, 8 Minifiguren, das ist Weiblein und Männlein aus den jeweiligen Märchen zusammen, das war beim alten Disney-Schloss ja noch vor allem Mickey Mouse und, und, und. Das Ganze ist angelehnt an, man sieht es hier auch an diesem Sternenbanner, was sich hinter dem Modell längst zieht, das, was man am Anfang von Disney-Filmen dieses Schloss sieht, was ja wiederum auch in den Disney-Ländern in der einen oder anderen Form sich wiederfindet. Und, was schon mal neu ist, ist, dass wir das Feuerwerk hier dargestellt bekommen, da sehen wir es, das gab es bei dem alten Set nicht. Ja, apropos altes Set, jetzt rede ich die ganze Zeit davon, dann wollen wir doch auch mal sehen, was hat sich denn wirklich verändert. Da sehen wir Feuerwerk zwar auch, das hat aber nur der Grafiker gemacht. Wir sehen, dass hier tatsächlich, wenn man genauer hinguckt, farblich und auch formmäßig sich ein bisschen was getan hat. Hier sind nur runde Türmchen dran und es ist weiß, das merkt man sich, da oben auch viel weiß an dem Teil. Wir gehen mal zurück und sehen, oh, viel Gold haben wir jetzt plötzlich, naja, also so ein Gelbton. Und wir haben nicht nur runde Elemente hier, sondern hier kommt auch mal so ein Erker und auch mal so eine richtige Zinne. Also ein deutlich abwechslungsreicher. Genauso hier der Eingangsbereich, der jetzt, finde ich hier mit diesem, ja, das sieht ja eher aus wie so ein Vorhang, da jetzt gestaltet ist. Wir haben aber auch weiterhin den Froschkönig. Der war ja auch schon in dem alten Modell mit drin. Hier haben wir ihn wieder drin. Ja, also man erkennt schon, auch formmäßig, da hat sich ein bisschen was getan. Also tatsächlich, ja, hier oben zum Beispiel sind es jetzt diese Käse-Elemente, die diesen Turm da oben gestalten. Das war bei dem alten zum Beispiel noch so einer, die dann da das Ganze gemacht haben. Da oben sehen wir es. Ja, also es ist ein bisschen was, es hat sich verändert und das Modell ist auch größer geworden. Also wir sehen hier, die Größe ist 59 zu 80 Zentimeter. Das war, wenn wir jetzt mal die Rückseitepackung von dem alten Set sehen, da waren es nur 48 zu 74. Also ein paar Zentimeter haben sie draufgelegt. Das ist, ja, gut, irgendwo müssen die 800 Teile ja auch hin. Und die Märchen sind anders verteilt und sind ein paar andere dazugekommen. Wir sehen zwar auch hier wieder diesen Ständer zum Beispiel und wir werden das gleich an vieles auch wieder entdecken. Die Spindel werden wir wieder sehen zum Beispiel in anderer Form. Wir werden auch Allardins, hier, da haben wir Allardins Lampe, das war eher so ein Erker hier. Wir haben einfach so in die Ecke verstaut mit seinem Teppich. Der kriegt jetzt einen prominenteren Bereich. Und wir hatten auch schon bei dem alten, wie wir hier sehen, unten eine schöne Lobby oder so ein Ballsaal mit auch dieser schönen Uhr, die da dran hängt. Und, und, und. Draußen, da war ein bisschen Robin Hood zum Beispiel, aber auch viel da zum Prinzessinnenzimmer. Und da oben, also man erkennt einige von den Märchen wieder. Und wenn wir jetzt nochmal hier gucken, da erkennen wir auch eine Menge von den Märchen wieder. Da haben wir zum Beispiel den Spiegel, da oben haben wir Aschenputtels Schuh, der hier dann da geklebt oder bedruckt, ich vermute eher geklebt ist. Hier haben wir die Spindel, das lässt sich drehen, das werden wir gleich noch sehen, dieses Element hier. Das ist die einzige wirkliche Funktion. Dafür haben sie dieses Schusselement, glaube ich, hier jetzt wegrationalisiert. Dafür haben wir das große Feuerwerk, was so das kleine Feuerwerk darstellen sollte. Guck mal, da hat der Allardin jetzt seinen Raum, hat immer noch einen schöneren Teppich an der Wand und Paddel. Okay, ja, dann hier das, das ist dann die Schöne und das Bies oder was, da mit dieser Lampe. Hier gibt es so ein Maleratelier, da wird gemalt. Ich weiß nicht, war das auch Rapunzel oder wer hat dann gemalt? Naja, muss man alles nochmal rausfinden. Hier dann schön, da sehen wir da gedeckter Tisch. Auch dann dahinter, so angedeutet eben auch, dass da so richtig mit Gardinen was ist. Hier Ofen, würde ich mal sagen, oder so eine Kochnische, da was zum Waschen. Nicht alles identifiziere ich gleich als richtiges Märchen. Also was da jetzt da drin ist, da haben wir den Kronleuchter wieder, jetzt mit einer Gabel drin. Oder hier, da ist es König Arthur sicherlich mit seinem Schwertchen, das rausgezogen wird. Und natürlich haben wir jetzt eben nicht die normalen Disney-Figuren, sondern tatsächlich Prinz und Prinzessin. Was bedeutet, dass das natürlich irgendwie stilistisch noch ein bisschen besser passt. Und die haben sich auch gleich mal hier die entsprechenden Wandbekleidungen angemacht. Da sehen wir hier, einmal der Abbel. Ja, okay, damit, warum nicht? Also muss man sich auch als Prinzessin ausleben, je nachdem, welcher Mann dann so ist. Dann haben wir da den Schuh von Aschenpuddel. Das kriege ich nicht ganz zugeordnet, die Dame hier. Das ist der Froschkönig. Guck mal, sie hat den Frosch da, vielleicht liegt es da ran. Ja, genau. Ich weiß nicht, wo das vierte Fenster ist, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ja, ganz süß. Und ja, und das war es allerdings dann auch, was wir hinten haben. Da können wir hier nochmal gleich, die Bilder kriegen wir gleich nochmal groß. Das müssen wir jetzt hier nicht alles durchgucken. Wir können mal so ein bisschen durch die sonstigen Bilder durchgehen, wenn wir jetzt erkennen, dass es tatsächlich viel, viel Ähnlichkeit hat mit vorher. Da sehen wir nochmal das Modell von früher. Und ja, dann haben wir Lifestyle, zum Beispiel hier. Da sehen wir, wie das Ganze auf der Anrichte aussieht. Und wir sehen auch, wie es aussieht, wieder mal ohne so ein Modell. Wobei ich mich frage, ja, also da kriege ich Ärger mit meiner Frau, wenn so ein Modell jetzt bei mir direkt auf dem großen Tisch, also auf dem Esstisch stehen würde. Das darf es nur wenige Minuten, dass das da passiert. Aber was mich eher interessiert, was ist das da? Das sieht so ein bisschen wie so ein Lego-Modell aus, aber oder auch nicht. Also vielleicht auch nicht. Naja, keine Ahnung. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, was dieses komische Ding da hinten ist. Na gut, wir gucken mal weiter. Wie sieht es denn aus, wenn das Modell da auf den Tisch kommt? Da, 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 da. Genau. Sieht ein bisschen aus wie Fotogeschoppt, aber scheint tatsächlich so gefotografiert worden zu sein. Immer noch nicht zu erkennen, was das da hinten sein soll. Aber das kommt natürlich von so einer weißen Wand in diesen zarten Blautönen schon ganz nett rüber. Fast, um nicht zu sagen, sogar besser als das alte Modell. Ja, natürlich. Es ist ja auch mit der Zeit gegangen. Also, dass das jetzt ein bisschen besser aussieht, ist vielleicht auch nicht ganz so überraschend. Ach ja, da werden die letzten Teile angesetzt und die Dame ist aber auch begeistert. Ach, das Feuerwerk hier. Und das auch noch ökologisch okay. Naja, gut, es ist trotzdem Plastik. Sie aber überall hat sie nochmal ein kleines Stück Teilchen, was da gerade gerückt werden muss. Da fasst sie aber überall nochmal ran. So, da sehen wir die sechs, äh, acht Minifiguren nochmal. Immer mit Prinz und Prinzessin. Und, ähm, ja, Rapunzel haben wir da, nicht? Dann Dornröschchen und, und, und. Ähm, und, ja, das ist nochmal der Ballsaal. So, mit der Beleuchtung kommt der auch richtig cool nochmal rüber. Die hat man natürlich leider nur für das Foto wahrscheinlich. Schöner Kronleuchter hier oben. Das ist ja auch alles ein bisschen anders. Also, man erkennt natürlich das alte Modell. Aber, wenn man näher ran guckt, ist es eben doch viel, was sich da getan hat. Und sei es nur farblich schon mal. Andererseits, hier der Spiegel. Ne, da so ein bisschen erkennt man da. Was ist denn dieses grüne Licht jetzt? Das kriege ich gerade nicht zusammen. Da auf der anderen Seite war ja die Spindel. Hm, keine Ahnung. Das muss ja wahrscheinlich auch eine Zauberei sein, irgendwie. Ach, ich habe vielleicht die Disney, ich kenne noch die alten Grimmsmärchen. Da, ja, hier siehst du da, da ist getanzt, ist gedreht. Und da nichts anderes zu sehen ist, glaube ich auch, das ist tatsächlich die einzige echte Funktion, die dieses Set denn da hat. So, die Räume haben wir ja schon gesehen. Ach, guck mal, da hat er aber den Schuh. Bist du vielleicht diejenige, die den Schuh hier tragen sollte? Wobei hier ihren Kopfreif hier, den Haaralf, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kopfhörer, oder? Naja, gut. Ja, aber passt der Schuh, man wird es nie erfahren, weil da sind keine Füße drunter. Aber wir können uns das ja einfach denken, dass es so sein wird, wie es sein wird. Das Rapunzel, ich glaube, das ist Rapunzel, oder? Neu verföhnt da oben. Ach, sie ist immer noch beim Bauen. Oder sie baut es gerade wieder ab. So wirkt es gerade, wenn man mal die Reihenfolge hier nimmt. Aber die Minifiguren, Hauptsache die Minifiguren immer vorne stehend. Bei mir würden die jedes Mal, sobald ein Teil mir aus der Hand glitscht, dann runterfallen. Hier sehen wir nochmal diese andere Seite hier. Interessante Frage ist, sind das Aufkleber? Sieht eher bedruckt aus, oder? Also leider die Info nicht bei mir bisher gekommen. Ob da, das ist ein Aufkleber. Ah, siehste, Täter überführt. Also Aufkleber, zumindest sind auch Aufkleber in dem Set. Da oben ist eine Uhr. Ich würde mir ja mal wünschen, dass so eine Uhr auch wirklich funktioniert. Oder sich zumindest dreht oder sowas. Aber, naja, das haben wir dann nicht. Jo, da unten sehen wir auch, da ist dieses Drehelement. Das kann man jetzt in diesem Unscharfen schlecht erkennen. So, wir gucken mal weiter. Sie baut jetzt schon mal das nächste Türmchen. Da ist das Ding wieder auf der Anrichte. Und man weiß es nicht. Wie soll man es denn hinstellen? Also so rum oder vielleicht auch mal andersrum. Das werden wir gleich sehen. Hier nehme ich unter, da passt es, finde ich gut. Das ist schön, wenn man keine Kinder hat. Dann geht das da unter der Wendeltreppe natürlich ganz nett. Oder so rum, würde ich mal sagen. Wenn man sagt, mir ist alles egal, soll nicht gut aussehen, dann stellen wir es so hin. Diese Rückseite ist, finde ich, nett zum Zeigen. Denn 2016 habe ich es vielen gezeigt, das Modell von hinten. Inzwischen hat man fast das Gefühl, ja, da gibt es noch coolere Sachen von Lego. Aber eigentlich ist es nett. Also es bleibt ein nettes Modell. Und es ist ein nettes Modell. Und preislich, wie gesagt, ist es ja im Verhältnis gesehen zumindest immer noch okay. Andererseits muss man ja immer weiterhin sagen, 400 Euro für ein bisschen Plastik. Da sollte man immer mit sich selber die Frage aushandeln, ist es etwas, was es einem wert ist oder nicht doch. Der Familienurlaub, obwohl den gibt es für den Preis inzwischen auch nicht mehr. Jo, das ist eher eine Woche Kieler Woche, die man damit finanziert. Aber das ist ein anderes Thema. So, guck mal hier, da sehen wir die Minifigur nochmal einmal durch. Da geht das Feuerwerk los. Was sagt ihr denn zu dem Ganzen? Hier ist übrigens, glaube ich, keine. Doch, ah, siehste, da, zweite Funktion. Wir haben sie auch überführt. Hier kann man drehen und dann wird es sich hier oben wahrscheinlich auch drehen. Und dann wird getanzt. Aber kräftig doch. Das könnten auch Sissi und Franz sein, so wie die beiden da jetzt sind. Und der Schuh scheint ja gepasst zu haben. Oh, guck mal hier, da hat sie wie immer noch ihre Kopfhörer auf. Aber auch darunter sehen wir die Kutsche, die aus dem Pumpkin da gemacht ist, aus dem Kürbis. Ja, siehste, zwei Funktionen. Entschuldigung, dass ich die eine unterschlagen habe. So, da geht es ein bisschen in die Küche. Da wird gefeiert aber auch, nicht? Das, als wenn es kein Morgen ist, während hier dann noch ein bisschen gemalt wird. Ach, ein Träumchen. Jo, so. Also, damit sind wir durch. Das ist, würde ich jetzt auch sagen, das bessere Disney-Schloss. Wer das alte hat, so wie ich, braucht das neue, glaube ich, nicht zwingend. Wenn man sie nicht nebeneinander stellt, wird man das besser kaum erkennen. Und ja, es sind andere Minifiguren. Das ist, aber die kriegt man auch sonst zusammengesammelt. Vielleicht nicht genau die, aber grundsätzlich gibt es die natürlich auch so. Und ja, es ist ein bisschen größer, aber das ist, glaube ich, größer ist ja auch im Leben nicht alles. Aber andererseits, wenn man es noch nicht hat und tatsächlich die ganzen Jahre sich immer gehadert hat und dann plötzlich weg, kann man jetzt natürlich in die Überlegung kommen. Und ich weiß nicht, ob es in den freien Handel auch kommen wird. Das ist natürlich dann durchaus, wäre dann was mit Rabatten. Wenn es nicht kommt, wäre dann nicht viel mit Rabatten. Dann sollte man gucken, dass man vielleicht das GWP, was es ja dazu geben soll Anfang des Jahres, Anfang des Monats genau, nicht des Jahres, dass man sich das dann dazu nimmt. So, siehst du, hier wird nochmal gegrinst, gelacht und gefeiert. Das hat ja eher hier was Tanzmäßiges. Und dann wünsche ich euch und uns allen noch einen schönen Tag. Also, und das sind die Bilder auch zu Ende. Dann bis bald und tschüss. Dann bis bald und tschüss.